Ab sofort ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neuwertige Maisonette-Wohnung liegt in Neuss-Rhein-Kreis. Das im Jahr 1983 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gas-Zentral-Heizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, eine Gästetoilette und zwei Parkplätze. Die Maisonette-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 86 m². Die Gesamtmiete dieser Maisonette-Wohnung beläuft sich auf 1.040 €. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. att Kaffee-Zimmer um die Kaffee-Zimmer. ihr Ding auch mit Waiting, Mindest Man.